Wir könnten ihn finden und mit ihm reden. Und wie finden wir ihn? Naja, er muss ein Freund oder Verwandter sein von dem Typen, den wir überfahren haben. Wie hieß er noch? David E. Gennig. Genau. David E. Gennig. Nein, ich finde, wir sollten Max nicht völlig abhaken. Es ist immerhin möglich... Dann sprich mit ihm und beweise, dass Barry sich irrt. Das willst du doch, Ray. Nein, nein, ich will bloß, dass wir beide endlich wieder... Hör mir mal zu, Ray, ja? Ich will, dass du etwas begreifst. Es gibt kein wir beide mehr. Egan. David. Das sind alles Artikel über David Egan? Ja, es sind Artikel, wo zumindest sein Name erwähnt wird. Warte, der 5. Juli vor zwei Jahren war... Was ist das? Susie Wille stammt durch... ...die Provinz. Was meinst du? Was haben wir schon zu verlieren? Ich kann mir nur... Ich bin da hinten... Vielen Dank.